hey leute und willkommen zu einer neuen folge minecraft badwars und heute mal sind wieder alle drei vereint nämlich tobi und ich der junge geht mir so offen ich wollte jetzt schön zu dir rennen und dich wo bist du überhaupt nicht geschafft worden wer wissen der ich bin hinter dir runtergefallen tobi ja ja das ist die punkte 9 minuten das heißt wir müssen zurückkommen direkt direkt bitte die grüße standbild gewesen direkt weiter direkt weiter direkt weiter ich habe ein rekord von drei minuten was ja stimmt den haben wir doch mal gemacht da wo ich rausgeflogen bin da wo ich rausgeflogen bin ja ich habe nämlich auch drei minuten 30 nein der prügel mich weg ich habe das gold lauf zurück ich mache jetzt den kaputt ich habe auch zwei gold ich auch tobi dann nimmst du ausrüstung und wir machen betten kaputt ja okay gib mir schnell das gold werft das hier bitte da nee hier da auf dem stein ist das so erst jetzt direkt mit meiner spitze getöten ja ist frustrieren wir mit einer spitze vernichtet wird das ganze team sei es nur noch du oh gott du ja ich habe nur noch wenig leben ich habe trotzdem gekriegt easy welches team hast du jetzt gelb habe ich komplett weg dann würde ich sagen gehen wir mal zu grün ja das ist ja noch das einzige was die mit hat so komm weiter direkt machen floh du sorgst für die ablenkung ich brauche mich ganz schnell durch da ist einer pass auf ich habe nur noch richtig wenig leben ich bin tot dann macht das bett easy to play so direkt die spitzsäcke jungs hier ist übrigens auf gold für euch falls ihr braucht ähm nö tobi ich will mich jetzt erstmal opfern um das nächste bett ja doch um die folge ein bisschen länger zu machen komm äh nein ich habe gestern eine stundenfolge gebracht jetzt brauchen wir was chilliges ja gut aber ich meine wir können ja zwei folgen machen oder so komm tobi bau dich weiter vorwärts ja Flo ich hab den bogen dann bau du ja ich hab keine blöcke leute vielleicht kommt demnächst sogar mal wieder altes wenn ihr das wollt das könnt ihr uns gerne in die kommentare schreiben weil sagt mir doch was easy to play tobi pass auf oh nein Flo pass auf Flo Flo pass auf was hab ich denn jetzt wieder gemacht ja du hast scheiße gebaut deswegen sind Torben und ich runtergefallen du hast nicht bis zu Ende gebaut das hättest du sagen müssen ja ich wurde eher getötet äh Tobi hol den Stock hol den Stock hab ich doch okay dann komm der DIA ah ne ne ist in Ordnung ja so oh nein ich hab alle Stöcke weggebrochen ja ich brauch keinen so gut Tobi ich wurde davor getötet sorry ok Tobi ist dir auch zu meinem Stock der hat gerade Gold geholt und will sich jetzt den Bogen kaufen und dann kommen wir renn du äh probierst sie zu töten oder was ja ja ok komm mal hinterher nein ich hatte die Spitzacke dran ja nice boh alter die Abbau ja die Abbauanimation war schon da und dann ja ich weiß das hab ich gesehen greift die an das hat mich richtig äh traurig gemacht nein nein und der hat mich mit dem Bogen abgeschossen wo kommt euer Rekord Leute ah ne meine also meiner ist es auf jeden Fall aber eurer wahrscheinlich nicht es sei denn ihr schafft ihn jetzt ah ich renne da ohne Sachen durch ja ich auch ne 3-3 meine ich oder oh ich bin zu gelb dran scheiße scheiße fuck du willst dass der einen Bogen hat ja aber den kriegen wir trotzdem easy wir müssen nur zusammen da ist er dann geh ab ich komm auch ja er ist down ja sauber nice fall auch runter nice GG wie lange war das denn 3,45 oh nicht geschafft ich hab meinen Rekord egal wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder ich hoffe für diese äh Minifolge habt ihr ne positive Rettung parat ja und lass noch ne Runde dranhängen nein nein weil das war stark doch wir kriegen noch eine hin nein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder haut da rein und tschau mit schau mit schau mit ja